hallo liebe camper nation zu einem neuen video auf unserem kanal kreuzfahrtcamper wir sind wieder für euch unterwegs beim stellplatz guide wittingen und co.k.g. wir haben ein paar plätze für euch herausgefunden für euch ganz wichtig bevor wir mit dem intro starten dieses video ist in zeiten von corona aufgenommen deshalb werdet ihr keine fahrzeuge nehmen veröffentlicht habt ihr gemerkt erst wenn ihr es wieder möglich ist genau und jetzt kommt unser intro den ersten stellplatz den wir euch vorstellen wollen ist direkt in wittingen und zwar an der sporthalle das ist dieses große gebäude was ihr da hinten seht das ist die sporthalle und ihr dürft bis zu maximal fünf tage hier bleiben ganz wichtig für einen parkplatz so wird er nämlich geschildert in der app park von night er ist kostenfrei das gibt schon mal mindestens einen daumen hoch umgeben von natur kann man sagen was ist für euch wichtig wir haben versorgung wir haben entsorgung und insgesamt können hier fünf wohnmobile stehen bis zu einer länge von ich habe es mir abgeguckt 7 meter 50 also nicht mal die ganz kleinen sondern auch die richtigen brummer können hier stehen der platz ist parzelliert in dem ersten das ist die ganze entsorgungsbereich und dann hast du hier nach jetzt muss ich gucken auf der anderen seite der ist zweiseitig 1 2 3 4 und 5 das heißt du hast entsprechend fünf plätze wo man sich hinstellen kann das wittinger freibad das ist dahinter noch gestellt er kostet eintritt drei euro kinder 1 euro 50 in der innenstadt das ist gerade mal fünf minuten zu fuß und die straße einfach nur runter dann einmal nach links wieder rechts habt ihr sofort eine einkaufsmeile das heißt ihr könnt ja wunderbar zu fuß einkaufen gehen alles was zur fähr- und entsorgung jetzt gesagt werden muss das sagt euch stefan so hier aber natürlich grauwasser ablass im boden eingelassen einfach rüberfahren dieser platz ist natürlich dadurch auch frei zu halten logischerweise toilette in die richtung man kann nachspülen genauso wird auch hier die das grauwasser nachgespült ja wo man wasser kriegt da kommt man mit dieser automat hat nämlich nicht nur strom anzubieten auf der linken seite sondern er hat auch hier das wasser anzubieten also das heißt das ist dann die nummer sechs man muss den schalter auf sechs drehen und man hat dann für einen euro kriegt man strom und für einen euro bekommt man auch dann sein wasser und zwar 100 liter das sind ungefähr vier minuten wo das wasser durchläuft damit man natürlich auch noch weiß wie viel strom man denn bekommt für einen euro bekommt man vier stunden strom das heißt für vier stunden kannst du erst mal deine batterien laden oder halt auch was anderes benutzen was jetzt hier bei dem strom ein bisschen oder bei dem wasser sagen wir mal ein bisschen blöder ist weil du musst das kabel halt rein legen in die entsorgungsstation also wo der platz für entsorgung ist normalerweise ist hier der platz 4 für das wohnmobil gedacht also was wir richtig toll finden ist hier macht eine stadt ist richtig die stadt witting sie gucken einfach wo kann man platz schaffen für wohnmobile das heißt wohnmobile werden nicht rausgejagt aus der stadt sondern nein mann holt sie in die stadt rein wie sagt indem man einfach auch sagt es ist kostenfrei und wie sagt für fair und entsorgung kann man hier einfach bezahlen beziehungsweise die fair entsorgung ist sogar kostenlos auch das muss man ja wirklich sagen richtig gut das gefällt uns da gibt es einen daumen rauf wir wollen jetzt zu dem nächsten platz fahren und da lasst einfach mal euch überraschen welcher platz das sein wird kleiner cut ihr seht wir sehen auf einmal ganz anders aus flisuren sind anders wir haben was anders an ja wir sind tatsächlich jetzt außer eigentlich corona zeit ist immer noch aber es ist nicht mehr geschlossen wir sind tatsächlich zurück hier nach wittigen gekommen und haben einfach mal diesen platz ausgetestet und was soll man sagen top richtig gut wir sind hier wirklich mitten also in der in der nähe der innenstadt keine 500 meter ist eine einkaufsbahn die innenstadt ist auch nicht weit entfernt da haben wir gestern auch gemacht sind schon eingekaufen und wir sind in der natur pur dazu blenden wir euch jetzt gerade mal kurz was ein und das liebe leute das hört man nachts also wenn man wirklich sehr schlecht schlafen kann also wer gute ohren hat und dann also wem sowas nervt sage ich mal das natur geräusch dann sollte man natürlich wahrscheinlich ja vielleicht hier in dieser jahreszeit nicht herkommen sondern er also im herbst dann ist es oder im winter da ist es nicht so schlimm wir waren die nacht mit einem zweiten wohnmobil da also es ist noch relativ ruhig ist so ein kleiner geheimtipp wir finden es toll dass es den gibt wie gesagt es kostenfrei und strom habe gar nicht benötigt diesmal sonst hätte es 1 euro gekostet 4-4 stunden und ja das wollten euch jetzt gesagt haben jetzt geht es weiter in dem video was wir vor paar monaten gedreht haben und da schalten wir jetzt einfach wieder hin wir sind gar nicht so weit gefahren aus wittinger raus denn wir sind immer noch eigentlich wenn man so im wittinger hafen und zwar wenn man so will hier direkt am sportboothafen zur zeit ist dieser platz natürlich geschlossen touristische zwecke sind da nicht möglich deshalb haben wir einfach eins getan wir sind in die luft gegangen und das blenden wir euch jetzt ein und in der zeit kann ich euch einfach erzählen circa zehn plätze gibt es dort gebühren inklusive dusche sind bei circa 12 euro 50 wie gesagt man hat eine fair und entsorgung gibt es an dem platz strom gibt es an dem platz es gibt es auch an sich ein kleines restaurant was donnerstag bis sonntag geöffnet ist wenn es wieder auf macht das weiß man ja alles nicht was man dazu sagen muss die kanalbrücke wo die autos überfahren ist natürlich zu hören weil sie ist direkt an diesem platz trotz allem wenn er auf macht man hat einen schönen blick auf den elbe seiten kanal ihr seht ihn jetzt mit eis in der regel fall ist da kein eis drauf zumindest dann nicht wenn saison ist und wir sind noch mal ein paar kilometer weiter gefahren nach hankensbüttel und haben hier einen stellplatz der 6 euro am tag kostet hat aber hier wie ihr seht eine sanistation jetzt kennt ihr diese sanistation eigentlich die kosten geld kosten sie tatsächlich nicht diese sanistation ist kostenlos versorgung fair und entsorgung beides kostenfrei wichtig ist nur und dann kommt stefan einfach mal mit ist bezüglich der entsorgung ihr seht das hier schon toilette kann entsprechend gemacht wenn ihr braucht auf jeden fall einen schlauch ohne schlauch könnt ihr nicht abwasser machen man kann hier so rauf fahren das funktioniert ja zwischen 18 und 20 uhr kommt der platzfahrt da könnt ihr entsprechend eure gebühr entrichten und der platz der ist auf der anderen seite der ist nicht hier der ist da da wo unser bulli steht glaube das ist zu kennen und auch die autos stehen wie das hier ist im fußballplatz hier wird trainiert und wie gesagt da könnt ihr dann stehen mit den mobilen es ist jetzt nicht angezeigt wie viel doch es steht nicht da und wir haben noch ein bisschen was zu berichten und zwar dort hinten weiß nicht ob das so gut zu sehen ist auf der kamera aber dort gibt es einen grillplatz wo man entsprechend grillen kann das ist sehr schön und für alle die otter kennenlernen wollen hier in hankensbüttel gibt ein otter zentrum stefan kennt es schon ich nicht vielleicht werde ich den eines tages auch noch kennenlernen wandern kann man hier richtig gut und ja was soll man hier noch sagen schaut doch einfach mal hier vorbei das soll es auch dann gewesen sein mit den stellplätzen wir machen noch ein kleines zwischen fazit stimmt gar nicht end fazit das aber am bulli da sind wir ein bisschen geschützter ja was soll man sagen wie sagt drei stellplätze in der zwischen witting und hankensbüttel wir haben jetzt mal nachgeguckt keine zwölf minuten das heißt ihr habt wenn man so will wenn wir angucken hier passen naja sechs fahrzeuge hin in witting passen fünf fahrzeuge hin dann noch mal zehn fahrzeuge also 21 fahrzeuge hier in der gegend hier kann man schöne radtouren machen auf den weg in die heide am elbe seitenkanal der ist hier ums eck kann man sehr schön dran lang fahren definitiv das geht auch wenn hat das otter zentrum hier also es lohnt sich schon hier in die heide zu kommen in den antrags gifhorn wie gesagt es ist von witting auch nicht weit rüber bis nach sachsen andert dann ist man schon in der altmark also wir würden sagen das lohnt sich schön finden wir in witting das es kostenlos ist wir sind gespannt wir wissen es noch nicht ob der platz in an dem sporthafen ob der natürlich wieder auf ist weil das schreiben die immer so komisch aber ich gehe davon aus dass er natürlich wieder aufmachen wird und wie sagt hier in hankensbüttel wie sagt sechs euro das geht schon ihr müsst ein bisschen aufpassen der weg hierher ist ganz schön also da geht es bergauf bergab damit kann man sicher sein dass hier keine rallys gefahren werden da wird es auf jeden fall ruhiger hier sein genau also das kann man auf jeden fall sagen sonst denke ich mal war es das von diesem video wir hoffen euch hat das video gefallen lasst gerne einen daumen nach oben da teilt das video damit auch mehrere leute was davon haben genau damit ihr hier in die schöne region kommt und dann sehen uns schon bald wieder bei einem neuen video auf unserem kanal kreuzfeld kämpfer chau chau gut ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017